so da sind wir wieder jetzt heißt es eben den ganzen quatschens sammeln alle golems ich weiß gar nicht wo ich überhaupt hier hin muss da ist mal quatsch mal gucken wie ich denn eigentlich aufs dach kommen die sich ja nicht alle erledigt so hier war noch einer jetzt komme ich da nicht hin doch naja wenn ja das habe ich jetzt nicht mal gesehen aber gut so haben wir den sehr schön Jetzt habe ich drei von vier, sechs von sechs Vögel, ein Bild fehlt mir noch, zwei Quarz. Alter, wo sind denn die ganzen Quarzer, ey? Ja, die Frage ist, wie komme ich da oben? Wie komme ich da hoch? Ich kann mal jetzt googeln, ne? Boah, der ist ganz schön dämlich hier aufgelistet. Okay, den haben wir. Das Blutsch war zum Bauch, na, ich meine das. Was ist das an dem Auto? Also ich mache erst das mal in der Schule. Ich werde doch jetzt nicht fünf Stunden rumrennen. Komm, tun wir, da habe ich eigentlich alles abgeschlossen, ne? Den haben wir. Tatsächlich nicht, da ist tatsächlich nur einer. Oh, gut, kann ich ja jetzt so machen. Gut. So, den haben wir auch nicht. Ein Quarz fehlt mir noch. Ja. Ich weiß auch, wo der Sack ist. Der ist im Hauptgebäude. Also, der ist natürlich nicht so gut. Ah! Ich weiß nicht, dass das nicht mehr teleportieren kann, was ist. So, hier ist er, ich glaube, im zweiten Stock, oder? Ich weiß, dass hier einer ist. In dem ersten Stock ist er. Hier, da oben. Die Frage ist wirklich, wie kommt man da rein? Das muss ich jetzt auf jeden Fall mal googeln, aber dann blicke ich an 0 durch. Okay, da nicht. Da auch nicht. Wie merke ich angezeigt, wenn man Goalings wird? Ich weiß gar nicht, wo mir noch Leute fehlen. Ne, der letzte Stein, den wohl im Hamburg, das weiß ich. Genau, wie kommst du denn da bitte hin? Von dem Flur. Okay. Wie zum Geil. Komm, ich nehme mal in eine Flasche, damit ich weiß nicht, ob ich die brauche. Maluken. Da sind wir richtig. Hier irgendwo. Ah. Da habe ich tatsächlich nicht gesehen, das Ding. Da ist er. Sieht nützlich aus. So, jetzt habe ich alles an Quarz. Zehn von zehn, drei von drei. Hier habe ich drei von drei. Also hier ist keiner mehr. So, dann mal gucken, wollen wir denn die Leute vergessen? Boah, nein. Was ist denn jetzt hier los? Ich werde erstmal nochmal da. Ich will jetzt hier nichts gehen. Nein, halte ich mich ja. Da ist auf jeden Fall das Tor wieder. Ey. 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 sag mal drei, schließ die ganze Schule ein. Nein, Halte bin ich da niemand hin. So, ich glaube, wo soll das ein Arcade ist? Hier ist zum Beispiel... Hier fehlt einer. Drei von vier. Ja, Golem. Da oben im... Ach, ich weiß, ob ich da schon war. Im Labyrinth. Ich glaube, im Labyrinth war ich schon. Oh. 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 Super. Ich meine, dass ich den schon gemacht habe, also schon befreit habe. Der saß, glaube ich, auf einer Parkbank. Ja, der saß da. Da müsste auch noch der Diary liegen. Ja, den habe ich schon gemacht. Hier liest man das Buch. Wo lag das Buch? Oh. Gut. Der ist auf jeden Fall nicht. Mir fehlt noch einer. Drei von vier. Hier. Boah, immer diese verkackte Werbung. Wo bin ich denn? in Schulgelände. Ja. Ja. Da habe ich auch schon. Boah, ich gebe mir nicht auf den Sack mit eurer Werbung, Alter. Da ist ja eine Schule. Läge ich ja gar nicht. S ... Kчески nein. keine ahnung wo das jetzt wieder ist alter wo soll das sein alter den habe ich auf jeden fall noch nicht den mit dem aufzug kunstraum kunstraum richtig stressig richtig langwierig die letzten drei zu suchen weil ich weiß auch nicht welche ich habe welche ich nicht habe wozu hängt das jetzt an ende hier muss auch immer nur eine oben geistern ich höre zum kunstraum bin ich denn da ist sie kunstbar kunstbar ach so ganz wege suche hierbei nur für einen so ein ende 0 von 1 ja und der ist hier irgendwo ja ja WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Was soll denn sein? WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 WDR Ich bin nutzlos. Ich bin nutzlos. Ich bin nutzlos. Ich bin nutzlos. So, haben wir den auch noch? Fehlen nur noch zwei. Auf jeden Fall in dem Hof fehlt noch einer. Ich hab in Arcade, ist noch einer? Ich kann mal alle durchgucken. Ja, das ist aber doch richtig unfair jetzt. Das ist ja jetzt richtig unfair. Das ist der Ausgang. Ich hab in Schuhlo fehlt aber auch nur einer. Aber wenn ihr siehst, drei von vier. Die Frage ist nur, wo soll er sein? Das ist echt stressig aufgebaut, die Seite hier. Ich hab in Schuhlo. Ich glaub, den hab ich auch noch nicht. Komm ich überhaupt wieder raus? Aus der Schule? Ja, jetzt im Auditorium. Das wird ja ein ganzes Video ich seht, komm. Gut, ich hab jetzt natürlich auch alle. Kann ich aufnehmen brauchen, sondern nur das Ende. Nö. Mach ich so. Ne. Mach ich so. Okay. So, dann gucken wir mal. Den einen, ich denke, dass der andere hinten im Park ist, den ich brauche. Das ist Main-Building. Kann man nicht so rum. Das ist stressig. Ich konnte mal dieses ganze Gesuche hier, ich hatte vielleicht mal vollgemacht sollen. Okay, dann aber auch. Da, genau da bin ich jetzt. Äh, die Frage ist, wie komm ich da hin? Bin ich da schon hingekommen? Nein, bin ich noch gar nicht. Oder? Das heißt echt, wie komm ich da jetzt rein? Oh, da ist ein Raum, da ist ein Licht, genau. Da komm ich wieder ins Büro, oder? Mh, ja. Bin ich wieder im Büro. Hä, willst du mich verarschen? Du witzbold von Internetseite, was erzählst du mir nur von Scheiß? Hä, was? Hä, was? Was? Ah! Okay. Oha! 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 Jetzt geht's da nochmal richtig ab. Genau was er. Da was. So, so. Alle und ihre Seilenbahn, oder? Und die Seilenbahn ist der Schlüssel. Ist es schon okay? Geh jetzt. Und die Seilenbahn ist der Schlüssel. So, the last one. Einen noch. Hier fehlt noch ein Bild. Tatsächlich. Aber das wäre erstmal irrelevant. Was gab, der oben ist? Mal gucken, ob der oben ist. Junge, Alter. Ist auch noch unsichtbare Viecher hier. Geh kaputt, ey. Tatsächlich nicht mal. Ja. Ist hier. Ist dort hakt, Alter. Wer macht denn sowas? Ja. Super. Super. Ich gehe auf die Bühne. Ich glaube ich, ne? Ja. Ja. Eigentlich da immer noch. Der sieht, glaube ich, ein bisschen aus, als er auf der PC-Version. Ja. Kunstfreude. Äh, okay, war ich doch. Ja. Ich höre auf den letzten. Golem suchen. Was ist das für ein Vieh, ey. Was ist das für ein Vieh, ey. Okay, der letzte Golem. Mal gucken. Den haben wir. Den haben wir. Ne, den haben wir, glaube ich, nicht. Doch. Den haben wir auch. So, was haben wir nur noch. Den habe ich noch nicht gehabt. Den habe ich noch nicht gehabt. Sieben. Den habe ich auch. Den habe ich auch da auch schon. Ja, geil, geil, geil. Nein. Woher will ich den jetzt gerade? Ich weiß ja, ob ich den? Den weiß ich nicht. Den weiß ich nicht. Aber komme ich da hoch? Alter, wie komme ich denn da nochmal hoch? Das ist Thunhalle. Ich weiß nicht, ob ich den habe. Es hat wieder ein Gesuchiger. Ich hatte wieder auf jeden Fall gerade ein extra Video. Nein, ist halt so. Da machst du nichts. Thunhalle. Batterien könnte ich nochmal gebrauchen, wa? Ich muss ja eh wieder hier runter. An der anderen Seite verschlossen. Ich hätte den echt nicht aufgemacht. So, ja komm hier. Der liegt da immer noch. Der liegt da immer noch. Der liegt da immer noch. Ich könnte mich gerne sehen, entjuckt mich nur nicht. Ich würde mich gerne sehen. So, was er hat einen Zang? Oh, wirklich Alter? Wo war das Scheißingen jetzt hier? Keine Ahnung, ich kann wohl sagen, dass ich den schon habe. Jupp, den habe ich schon. Okay, jetzt wer mir angeht, dann weiß ich welcher fehlt. Mal durchgucken, was ist der letzte? Raum 104, da war ich schon. Ja, dann weiß ich welcher ich mir fehle. Irgendeiner im Park. Denke ich. Gut, okay, jetzt muss ich also wieder runter. Mal durch zum Parkplatz, irgendwo in dem Park. In einer der Ecken des Parks. Was macht mir das für eine Aussage? Mach doch einfach eine Karte, Alter. Da war ich schon. Zeli, wir schaffen das heute noch. Okay. 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 Auf, das war mein Gott. Ich glaube nicht, dass der gemeint ist hier. Ich muss auch in den Park. Ich komme hin in den Park. Okay, ich komme noch nicht mehr durch. Okay. Ich komme hier noch jetzt hinter dem Tanker. Ich glaube, da geht es hier vier Stunden rumzulegen. Keine Karte. Warum nicht? Die Tür öffnet automatisch. Die Tür öffnet. Die Tür öffnet. Ja, Batterien wären nicht schlecht. Nichts. Gott sei Dank. Nichts. Nichts. Das wird nützlich sein. Könnte ist. Das wird nützlich sein. Wenn der nicht gut ist, der mir fehlt, dann weiß ich es auch nicht. Das wird nützlich sein. Ich bin nicht mehr. 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 Die Tür öffnet sich sonst aus. Ich bin nicht mehr. jetzt hätte ich ihn nicht für den einfachen anderen gekonnt so park jetzt irgendwo im park hier da sieht doch gut aus und tatsächlich kann er mehr doch der letzte und wieder so lang text schicksal ist schicksal so kann ich auch endlich das geheime ende das kann ich ja trotzdem wieder dahin drehleiter so muss ich doch ich bin nur ein buch ich bin nur ein scheißbild für alles wo sieht denn hin wo ist denn die treppe wenn richtig hier 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 da ist es So, nicht, dass ich jetzt irgendwann wieder vergessen habe? Nein, 10. Meine Güte, Alter. Die Seilbahn! Schnell, Emily! Die Zeit ist knapp! Als du hier ankamst, Sally, blieb eine Tür offen. Und nur einer kann hindurchgehen. Du kennst die Regeln, Sally. Niemand kann ohne Ticket mitfahren. Was? Nein! Wir haben so viel durchgemacht. Und nur eine von uns kann gehen? Sally, du weißt, warum du hier bist. Gib Emily dein Ticket. Bring es in Ordnung. Beeilung! Nur eine kann das Ticket benutzen. Und was jetzt? Ich kann das mit dem Typen quatschen. Wenn ich Emily das Ticket gebe, setze ich fest. Wenn ich in die Seilbahn steige, muss Emily hier bleiben. Wenn ich Emily das Ticket gebe, setze ich fest. Wenn ich in die Seilbahn steige, muss Emily hier bleiben. Wenn ich Emily das Ticket gebe, setze ich fest. Wenn ich in die Seilbahn steige, muss Emily hier bleiben. Wenn ich Emily das Ticket gebe, setze ich fest. Was ist das? Ja. Sally, kann ich es mal sehen? Ich kann ihm das Ticket geben. Aber was wird er tun? Ja, hier ist aber ein Secret-Ending. Was hast du denn da, Sally? Wo hast du das her? Das Material ist nicht von hier. Es kommt von außerhalb. Doch diese Welt hat es verändert. Es zu etwas ganz Neuem gemacht. Ich glaube, damit kann ich etwas tun. Hier. Nimm Emily und verlässt diesen Ort. Gemeinsam. Danke. Geht nun. Schnell. Geht! Ich war so sauer auf dich und hatte Angst und war allein, Emily. Mir tut so leid, was ich dir angetan habe. Wenn ich nur... Es ist okay. Du hast mich gerettet. Danke. Das war jetzt das Arbeit. Ich beendet jetzt hier, aber ich gucke mir den Training an. Gut. So. Das war jetzt das Secret-Ending. Von... Geld. Das war jetzt auch wieder ein Akt durch 10. Gut. So. Dann würde ich sagen, ich habe ja eigentlich schon verabschiedet. Weil ich habe ja nicht gewusst, ob man halt dieses Funktionen nicht hat. Ja, da würde ich auch wieder sagen. Schön, dass du hier bei mir dabei wart. Ich habe euch gerne die anderen Videos, die von mir laufen. Gut. Dann würde ich sagen, wünsche ich euch jetzt einen schönen Tag. Bis hierher und... Schöne bitte.